Boah, ich muss wirklich sagen, ich hasse laute Nachbarn. Also ich hasse allgemein Nachbarn, ich hasse allgemein Menschen, weil die wollen immer was von ihnen und die sagen immer Guten Morgen und das ist mir schon zu viel. Aber Nachbarn, die dann noch laut sind, da, da ist es bei mir vorbei. Da ist es wirklich bei mir vorbei. Ihr glaubt gar nicht, wie ich hier aufräumen musste. Es sind viele Wohnungen frei geworden, sind natürlich gestorben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was passiert ist. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich habe da was gehört und sind jetzt viele Wohnungen hier in meiner Umgebung frei und ich habe endlich Ruhe. Doch Helga, hast du auch so gute Laune? Nee, weil du da bist, nee, ich brauch's. Okay, im Gegenteil habe ich sogar. Wieso das denn? Ja, nun tun wir nicht so, als ob du das nicht hörst. Was hören? Nach den neuen Nachbarn, die hier neben Ingeborg eingezogen sind. Ich habe jetzt auch letztes Mal, wir haben jetzt einen neuen Nachbar bekommen und der hat so ein lautes Gerät und mir hat es mal die Frau erklärt, das ist irgendwie so, ja, wegen Sauerstoff. Und da habe ich mir dann zu Hause so gedacht, naja, es gibt so überall Sauerstoff und das hat die ganze Zeit gepiepst. Es hat wirklich mich genervt, es hat die ganze Zeit gepiepst. Dann bin ich halt abends reingegangen, die Wohnungstür war offen und da, dass die Katze reinkommt und da habe ich das Gerät ausgemacht. Es ging mir so auf und sagt die ganze Zeit, piep, 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 piep. Ich mag das auch in den Krankenhäusern, wenn man irgendwo da ist und sich, ja, sich das Krankenhaus anguckt, ne, mache ich halt hobbymäßig, gucke mir gerne Krankenhäuser an. Aber wenn man dann überall dieses Gepiepse hat, ne, wenn man dann die ganze Zeit so diese, diese, ja, Gerede hat. Ich mag das nicht und ich stelle die dann auch immer aus, ne. Ich weiß nicht, finde ich, finde ich nicht gut. Das nervt mich, weißt du. Ich konzentriere mich gerade, ähm, mir das Krankenhaus anzugucken und dann habt ihr im Hintergrund die ganze Zeit so ein doofes Piepsen. Das ist so nervig, wirklich. Also da kann ich nur den Kopf schütteln, so Chemo machen. Wieso denn das? Morianne, die kommen aus Brasilien. Ja und, weißt du, wie lauf die da immer ihre Trommelmusik da abends hören? Trommelmusik? Na, ihren Samba de Janeiro oder wieder. Na, ich glaube eher Trommelmusik. Ich glaube, das sind moderne Hippies, ne. Die setzen sich immer abends in den Keller, machen schon eine Trommelmusik und tanzen da bei Tango, ne. Ich denke mal eher, das sind Hippies. Die haben sich ein bisschen mit der Zeit vertan, ne. Ist doch schöne Musik. Meine Eierlikörgläser angeweckert. Ist doch wie im Urlaub. Roland Kaiser, das ist Urlaub. Wieso regst du dich denn so auf? Wieso ich mich aufreg? Ja. Pass mal auf, Morianne. Ja. Da will ich gestern Abend, schön 19 Uhr im ZDF die Rosenheim-Cops gucken. Da geht das bei den Brasilianern wieder los. Wat geht los? Na, die komische Musik. Die ist doch schön. Bei Lando, bei Lando, ja so, wo geht's denn? Bei Lando, bei Lando. Die können sie mal schön in Brasilien lassen. Sehr fröh, sehr fröh, sehr fröh. Wir sind hier in Deutschland. Also, ey. Bis um 21.30 Uhr haben die da Alarm gemacht. Das geht auch noch. Weil ich die Polizei gerufen habe. Was? Ich sag, die da, ruf ich an, die da. Komm mal hier lang. Hier ist mir ein bisschen zu viel Lebensfreude gerade. Aber... Die können ja glücklich sein. Ja, ganz... Also, die... Ich finde, ich finde das gerade extrem schwierig. Also, weil in Deutschland... Ist ja ein schönes Land, ne? Aber in Deutschland glücklich sein ist extrem schwierig. Also, ich versuch's immer wieder. Ich versuch's jeden Tag. Das Problem ist nur, ihr kennt das ja selber, wenn man ein Gehalt hat und dann kommen so die ersten Fixkosten und mein Gesicht schläft dann immer mehr ein, immer mehr ein. Ja, und dann kommt noch das Finanzmarkt. Dann kommt noch die GEZ. Dann kommt noch das. Dann kommt noch das. Und, ähm... Es ist immer schwierig, dabei zu lachen. Weil, das ist halt... Also, ich versuch's jeden Tag. Ich versuch's wirklich jeden Tag. Und ich freue mich auch, wenn mal irgendwann mit den Steuern mal die Schulen modernisiert werden oder die Straßen modernisiert werden. Aber ich frage mich, wo sie das machen. Machen die das im Privatpark von Politikern? Wo werden die Straßen repariert? Wo werden die Schulen modernisiert? Ich seh's noch nie. Oder haben die Politiker ihre eigenen Schulen und die modernisieren sie? Ich weiß es nicht. Also, es fällt mir immer so schwer, so glücklich zu sein. Aber ich versuch's jeden Tag. Ich versuch's jeden Tag. Selbst wenn ich die Spritpreise sehe, denke ich mir, ach mein Gott, ähm, ich hab sowieso kein Geld, ähm, ich schlaufe lieber, ne? Zwei Stunden auf Arbeit, kein Problem, ne? Da kann ich mal ein bisschen was für meinen Körper machen, da kann ich ein bisschen abnehmen und so. Mein Gott. Ach mein Gott, äh, Mitte des Monats, wir haben kaum noch Geld, ist ja nicht so schlimm. Äh, wir können ja immer noch unser Meerschweinchen essen. Nein, Quatsch. Ich würde, nee, Quatsch, ich würde nicht meine Meerschweinchen essen. Darum hab ich euch viel zu lieb. Leckylein. Und die können ja auch Lebensfreude machen. Ja. Nee, aber nicht in Deutschland. In Deutschland. Nee. Aber Helga, so was wollen wir hier nicht? Ich glaub, was Lebensfreude angeht, können wir Deutsche uns von vielen Nationen noch mal ein bisschen was abkucken. Ach komm. Ja, warum haben die denn alle Lebensfreude? Die haben keine beschissene GEZ. Äh, es gibt's viele Länder, da sind die Steuern weitaus weniger. Es gibt's viele Länder, die haben immer noch ihre, ihre, ihre Marktpreise in Griff. Die Wirtschaft in Griff. Also, ja, da hätt ich auch Lebensfreude. Ich hätte auch Lebensfreude, wenn zum Beispiel, äh, mein Schnitzel pro Kilo nur zwei, drei Euro kosten würde. Aber nee, gehst du in den Supermarkt, bezahlst du einen Zehner. Ich hätte auch Lebensfreude, wenn ein Döner anstatt fünf, sechs Euro, äh, zwei Euro 50 kosten würde, wie damals vor Corona. Vor Corona hatte ich Lebensfreude. Ne? Ich habe jetzt zwar immer noch Lebensfreude, aber ich bin trotzdem mehr traurig. Viel mehr trauriger. hier in Deutschland nicht ganz gut. Dafür ziehen wir aber alle irgendwie immer so ein Gesicht wie, äh, wie, wie was? Wie du. Was? Ist so, Helga. Mori, Janik. Hast du jetzt nie gesagt, Mori, Janik. Dann schieb ich denn bitte mein komisches Gesicht. Ja, Helga, ich... 97 habe ich mal als Animateurin im Kinderclub auf Tenerissa gearbeitet. Ja. Da waren die Kinder so begeistert von mir. Die wollten gar nicht mehr aus ihren Hotelzimmern kommen. Ich hatte mal ein Kind in der Bahn. Die Mutter hat dann angefangen mit mir zu reden. Ich wollte das gar nicht, weil das Kind mit mir gesprochen hat. Das fand ich auch schon total nervig, ne? Soll jetzt nicht heißen, dass ich Kinder hasse oder so, aber ich hatte gar keinen Bock. Da habe ich das Kind angeguckt. Ist Wheel Talk, ne? Ja, es war so ein Viererplatz. Habe ich das Kind angeguckt. Das Kind hat mich angetatscht und sowas. Ähm. Und das hat auf einmal geheult. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur aus dem Fenster geguckt. Hatte meine Kopfhörer drin. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur das Kind angeguckt. Das passiert mal bei meiner Freundin auch manchmal. Ich hole meine Freundin an und die geht für drei Stunden ins Bad. Ich weiß nicht, wieso. Was tue ich euch? Habe ich irgendwas im Gesicht? Dann sagt mir das bitte. Ja, mein Gesicht kann ich nie abmachen. Ich kann leider nichts dafür. Das kann ich mir vorstellen. Oder? Glaube ich direkt. Lebensfreude habe ich auch in mir. Ja? Auch Biologen. Okay? Meine Urohmer. Glaube ich nicht. Ich hatte mal eine Tante. Meine Urtante. Deine Urtante? Ja, die hatte mal einen Uhrenladen. Ach so. Mit Ihrem Uhrenladen hatte ich den mal ein Jahr auf Costa Rica hatte sie die Demo gehabt. Aber was soll das? Ja, das heißt, dass ich auch biologisch die Lebensfreude in mir habe. Na, wenn du meinst. Ich bin so eine freundliche... Hallo, schönen guten Tag, Frau Helga. Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Das... 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 Das meine ich halt, ne? Ich kann Helga total verstehen. Wenn... Wenn irgendein Mensch... Denn man will früher auf Arbeit seine Ruhe haben, gerade am Montag. Und dann kommt irgendeiner. Hey, wie geht's dir? Wie war das Wochenende? Ja, das Wochenende war scheiße. Es waren ja nur zwei Tage. Das war scheiße. Heute ist Montag. Ich muss wieder auf Arbeit sein. Das ist kacke. Das ist scheiße. Laber mich nicht zu. Lass mich in Ruhe. Was... Was denkst denn du? Denkst du... Ich freue mich, dass ich am Montag auf Arbeit sein muss, dass ich für den Start arbeiten gehe, dass ich nichts von meinem Geld habe oder was? Da kann man sich nie freuen. Nee. Gibt's nie. Wie geht es Ihnen, Frau Helga? Gärt dir gar nichts an. Hallo. Ich mag Ihre Musik. Hallo, Frau Marianne. Schön, dass Sie gestern mit uns gefeiert haben. Kommen Sie doch heute wieder rüber zu uns. Haha. Ja, ich muss mal gucken. Aber ich muss sagen, alte Omis und alte Opis sind ganz gefährlich. Wir haben bei uns hier so ein paar... Und wenn die dann mit dem Hund hier immer spazieren gehen und dich so sehen, obwohl du gar keinen Hund hast oder gar nicht aussiehst wie ein Hund, dich dann irgendwie sehen und dann auf einmal mit dem Gespräch anfangen. Ich finde es total schön. Ich höre mir auch gerne immer die Gespräche an. Das Problem ist aber nur, wenn man so schon ein bisschen Zeitdruck hat und schnell auf Arbeit sein muss und dann hast du dann so eine Omi. Ach ja. Und dann war das damals alles viel billiger und das. Und dann sagst du so, ja, ich muss... Ja, aber ich habe noch eine Geschichte. Das musst du dir unbedingt anhören. Ne? Wie rettet man sich da? Ich bin gestern einfach mal zu denen rübergegangen. Ach du Scheiße. Samba getanzt. Ja. Mann, 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 Mann. Und den Limbo-Wettbewerb habe ich auch gewonnen. Was? Aber nur, weil ich mir den Rücken ausgekugelt habe. Ich sah aus wie ein Klappstuhl. Moriane, ich muss. Mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Sauerkraut mit Bratwurst und Senf. Ne, ne, ne. Kenn ich nicht. Das ist mir zu sauer und ich esse lieber... Ne, ich esse lieber Burger mit Schinkenwurst und ähm... Ja, danke. Mugdat, Mugdat. Nicht vergessen, im September gehe ich auf große Live-Tour zusammen mit Helga und Marianne und vielen anderen meiner Figuren. Hier seht ihr die Termine. Unten bekommt ihr die Tickets. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort sehen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das ist aber schon... Das Video ist schon vorbei. Also ich will ja nichts sagen, aber das Video ist schon vorbei. Ne? Sieht man hier. Drei Minuten, sieben und vierzig. Drei Minuten, sieben und vierzig. Also naja. Hätte man vor dem Video schneiden sollen, aber ich sag's ja nur. Kleiner Kritikpunkt. Ja, ne, ich muss auch sagen, ich kann Helga total verstehen. Es ist halt einfach nervig, wenn man auf einmal Stimmen hört. Es ist nicht schön, sowas. Man will das nicht hören. Oder wenn dann jemand zu dir kommt und dich fragt, wie es dir geht. Ja, scheiße, du hast mich gerade angesprochen. Mir ging's bis vor kurzem noch sehr gut. Aber jetzt hast du mich ja angesprochen. Was willst du von mir? Ja, nichts. Das ist ja das Schlimmste, ne? Wenn ich Leute ansprechen und du dann so fragst, ja gut, jetzt hast du mich schon genervt. Was willst du? Ja, nichts. Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Ja, das, warum? Mir geht's halt ganz gut, bis du mich angesprochen hast. Lass mich doch leben. Lass mich doch atmen. Laber mich doch nicht zu. Ne, wie schon gesagt, also bei uns sind jetzt viele viele verstorben, viele Wohnungen sind frei geworden. Weiß auch nie, wieso. Also keine Ahnung. Also ich hab mich mit denen immer gut verstanden, weil das waren so Nachbarn, die hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Das ist eigentlich das Schönste. Ja, jetzt sind viele Wohnungen frei geworden. Kam auch öfters Tatortreinigung. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich hab jetzt endlich mal meine Ruhe hier in der Umgebung. Ich find's schön. Ich find's toll. Und ich werde auch dafür sorgen, dass die Wohnungen frei bleiben. Ne? Dafür werde ich sorgen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Original-Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss.